Metal-Leute, servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Vlog. Ich habe 5 oder 6 Videos aufgenommen, ausnahmslos Headbanger-Videos. Auch werde ich dem Dragon Monday erklären, warum ich jetzt die letzte Woche dann doch nicht so viele Videos gebracht habe, wie ich eigentlich vorhatte. Das ist jetzt heute nur der vierte Vlog von sieben Stück. Ab Montag kommt natürlich der Dragon Monday ganz normal. Das war es dann eigentlich auch soweit dazu. Bis dahin, euer Drache, haut rein und schaut auch beim Let's Play Kanal vorbei. Nicht vergessen, der Metal soll euch einen. Nicht spalten. Bis dahin, euer Drache und tschö tschö. Ich habe also nicht mal... Das ist... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020